Ein Porträt oder Bildnis ist ein Gemälde, eine Fotografie, eine Plastik oder eine andere Darstellung einer Person. Das Porträt zeigt in der Regel das Gesicht der Person. Bei der Darstellung mehrerer Personen spricht man von einem Doppelporträt bzw. Familienporträt oder Gruppenporträt. Porträtieren ist die Anfertigung eines Porträts. Im engeren Sinn versteht man unter einem Porträt ein künstlerisches Bildnis. Ein porträtierender Künstler wird als Porträtist bezeichnet. Ein Porträtist versucht in der Regel, die Person nicht nur äußerlich abzubilden, sondern auch ihr Wesen bzw. ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Zahlreiche namhafte Maler, Grafiker und Bildhauer haben sich intensiv mit Porträts befasst und dadurch zur Entwicklung einer großen Darstellungsvielfalt beigetragen. Die Porträtmalerei hat seit dem 17. Jahrhundert sehr stark an Bedeutung gewonnen. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Porträtfotografie die Porträtmalerei ergänzt und ist auch in die Filmkunst als szenisches Element eingegangen. Klassifizierung von Porträts Die Darstellungsformen werden nach verschiedenen Aspekten bezeichnet. Nach der Anzahl der dargestellten Personen sowie, besonders bei Einzelporträts, nach dem Ausschnitt der Figur und nach der Kopfhaltung im Verhältnis zum Betrachter. Überdies werden Bildnisse auch nach ihrer Funktion differenziert oder nach der thematischen Ausrichtung. Nach der Anzahl der Personen Einzelporträts eine einzelne Person wird dargestellt. Dies ist der häufigste Typ des Porträts. Doppelporträt Bei einem Doppelporträt werden zwei Personen in einem Bild dargestellt. Das Gemälde Oberbürgermeister von Gweiter und Tochter 1817 von Johann Baptist Josef Bastin angefertigt. Gilt als das einzige, monumentale Doppelbildnis zu dieser Zeit im Rheinland. Anführungszeichen Punkt Zwei einzelne Padabilder, meist von Ehepaaren, sind kein Doppelporträt. Gruppenporträt Mehr als zwei Personen werden dargestellt. Hierzu gehört auch das Familienporträt, die Darstellung der gesamten Familie in einem Werk. Dieses Sujet findet sich bei Andrea Mantegna in der Ausschmückung der Camera de Gisposides Palazzo Ducale in Mantua. Bei Jakob von Oost dem Älteren in einem Bildporträt einer Bröger Familie und 1561 Familie Berchem von Franz Flores. Das Familienbild war ein Markenzeichen des Biedermeier. Dies veranschaulichen die Werke von Johann Baptist Josef Bastin und Heinrich Franz Karl Belotte. Punkt 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 Nach dem Ausschnitt Ganzfigur Darstellung stehend oder sitzend Als Skulptur auch Statue oder Statuette genannt. Kniestück mit Einbeziehung der Knie stehend oder sitzend Hüftbild Oberkörper bis zum Schritt Halbfigur Oberkörper bis zur Taille unter Einbeziehung der angewinkelten Arme mit den Händen Bruststück Kopf mit einem Großteil des Oberkörpers, Schultern und Armabschnitten Schulterstück oder Blüste Die Schulteransätze sind mit einbezogen und das Porträt endet auf Achselhöhe. Kopfbild Darstellung mit dem Hals ohne jeglichen Teil des Rumpfes. Punkt 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 Zu den analogen Begriffen beim Film siehe Einstellungsgröße Nach der Kopfhaltung Bezeichnung für die Kopfhaltung des Dargestellten bzw. den Blickwinkel Frontalansicht Das Gesicht ist direkt auf den Betrachter gerichtet. Die Darstellung wirkt oft suggestiv und intim, aber auch etwas steif. Viertelprofil oder Dreiviertelprofil Das Gesicht ist leicht aus der Frontalansicht gedreht. Wegen der Rundung des menschlichen Kopfes wird die dem Betrachter zugewandte Seite des Gesichts voll. Die vom Betrachter abgewandte Seite verkürzt wiedergegeben, sie liegt dann auch oft im Schatten. Der Blick der Figur geht nicht mehr starr geradeaus. Gilt als lebendiger als frontal, auch in der Porträtfotografie wird eine leichte Drehung des Kopfes favorisiert. Halbprofil Das Gesicht ist von der Seite dargestellt, wobei das zweite Auge noch zu erkennen ist. Die Figur blickt in der Regel zum Betrachter. Dreiviertelprofil oder Viertelprofil-Ansicht Ein überwiegen von On-Profil gegenüber der Halbansicht Die Nase überragt auf die Kontur, das zweite Auge ist halb verdeckt bis nur angedeutet. Anmutiger als strenges Profil Falls die Figur den Betrachter anblickt, kann der seitwärts gerichtete Blick tiefgründig wirken. Profilansicht Das Gesicht wird von der Seite abgebildet. Darstellungen im Profil nach dem Vorbild römischer Kaisermünzen galten Charakter und würdivollste Darstellung des Menschen. Profilbilder als Schattenes wurden seit dem 15. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert häufig angefertigt. Verlorenes Profil Dreiviertelansicht von hinten Es sind nur die Konturen der Wangenknochen erkennbar. Punkt, 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 Punkt Besondere Arten des Porträts Selbstporträt Das Porträt eines Künstlers von sich selbst bzw. seinem eigenen Bild ist das Selbstporträt. Selbstporträts zählen zu den berühmtesten Werken zahlreicher Künstler. Weltweite Verbreitung hat das Selbstporträt in der Fotografie erlangt. In den letzten Jahren wurden Selbstporträts in sozialen Netzen vermehrt als Selfies verbreitet. Idealporträt Das Idealporträt stellte ein dem Künstler nicht persönlich bekanntes Individuum als erfundenen Charaktertypos dar, die das Wesen nicht jedoch die realistische Gestalt der betreffenden Person versinnbildlichen sollten. Diese Bildnisgestaltung ist bereits aus griechischer Zeit bekannt. Ein Throni ist ein Porträt-Gemälde, das im Gegensatz zu einem vorgegebenen Ideal rein aus der persönlichen Vorstellungskraft des Malers entstand. Gelegentlich unter Zuhilfenahme eines Modells, um Position und Proportionen optimal zu gestalten. Diese Fantasieporträts konnten idealisierend sein, waren es aber nicht zwangsläufig. Standesporträt Zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als man die Herrschaft von Adelsdynastien als Gott gegeben ansah, kam auch dem Standesporträt eine Schlüsselrolle zu. Es vermittelt dem Betrachter das Aussehen des Dargestellten, seinen Stand in der Gesellschaft und der Familienmitglieder. Diese Porträts waren in die repräsentative Öffentlichkeit des Hofs eingebunden. Präsentiert in Ahnengalerien bezeugten sie die vornehme Herkunft der Familie. Zur Charakterisierung des Ranges diente die Kleidung. Im Heiligen Römischen Reich war die seit 1497 entworfene und 1530 genehmigte Kleiderordnung maßgebend. Die Reichspolizeiordnung für Kleider- und Luxusordnung. Auf diese Weise lässt sich anhand der Garderobe und des Schmucks der gesellschaftliche Stand ablesen. Kaiser Maximilian I. setzte Anfang des 16. Jahrhunderts sein Porträt zu Propagandazwecken ein. Dieser Bildtyp des Staatsporträts wurde 1519 von Albrecht Dürer mit seinem Gemälden Kaiser Maximilian I. und Jakob Fugger begründet. Die Würde des Dargestellten wird durch eine auf das Wesentliche konzentrierte Wiedergabe verdeutlicht. Auch die Physiognomien wurden entsprechend dem Status angepasst. Mit den englischen Touristenporträts des 18. Jahrhunderts beginnt dann das Ende des Standesporträts. Touristenporträt Pompeo Batoni ist der Erfinder des Touristenporträts. Er entwickelte diesen Porträttyp für englische Touristen in Rom, die sich vor Relikten antiker Architektur malen ließen. Eines der bekanntesten Werke dieses Typos ist Johann Heinrich Wilhelm Tischweins Goethe in der Kampagna 1786 Siebtel. Das Touristenporträt verbindet Gesellschaftliche Attribute und Souvenirdarstellungen Das Touristenporträt stellt eine Stufe des Übergangs vom Standesporträt zum ständeunabhängigen Gesellschaftsporträt dar. Büstenporträt Das Büstenporträt ist ein Porträt, das den Dargestellten ähnlich wie in römischen Büsten bis Brusthöhe wiedergibt. Frühe Beispiele sind die ägyptischen Mumienporträtporträts. Im Italien der Renaissance entsprechen diesem Porträttyp einzelne Werke von Antonio Pisanello um 1431, ein und 40. Siegesmund von Luxemburg und Lionello. Deste. Punkt. 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 Miniaturen Zu den persönlichsten Formen des Porträts zählen die Miniaturporträts, die oft als Erinnerung an einen geliebten Menschen in Auftrag gegeben und geschätzt wurden. Seit dem frühen 16. Jahrhundert spezialisierten sich Künstler auf diese kleinen Porträts auf Papier, Pergament, Metall und vor allem Elfenbein, das für die Wiedergabe des Inkarnats besonders geeignet war. Die Porträts wurden oft als Medaillons in teure goldene Rahmen gefasst und konnten an einer Kette getragen werden. Blühte Zeit dieser Miniaturen war das später 18. und das frühe 19. Jahrhundert die Die Darstellung der menschlichen Figur gehört zu den ältesten Motiven der Geschichte der Malerei und der Bildhauerei. Individuelle Gesichtszüge wurden zunächst nicht dargestellt. Man beschränkte sich darauf, Gegenstände wie Speer, Krone, Standesabzeichen als individuelle und persönliche Attribute darzustellen. Gesichter wurden in den Menschendarstellungen der Steinzeit gar nicht oder nur schematisch wiedergegeben. Mykenische Kultur Die wohl bedeutendste Totenmaske ist die sogenannte Goldmaske des Angamemnon. Diese stellt vermutlich ein idealisiertes Bildnis eines mykenischen Fürsten dar und stammt aus der Zeit um 1500 v. Chr. Ägypten. In der ägyptischen Kunst entstanden die ersten porträilenlichen Plastiken und Malereien. Die ersten ägyptischen Porträts hatten religiösen Charakter, oft wurden auch Könige porträtiert, die als irdische Repräsentanz der Gottheit galten. Bereits 2600-2160 v. Chr. gab es Bilder mit individuellen Porträts und Gruppenbilder. Um 1551 bis 1070 v. Chr. erreichte die persönliche Porträtdarstellung ihren Höhepunkt in Ägypten, es gab Modellbüsten. Um 1400 v. Chr. entstand das erste tradierte Büstenporträt, die Büste der Nordfretete. Es folgt die Totenmaske des Tutankhamon. Sie ist kein Abbild einer realistischen Physiognomie, sondern ein zeit- und kulturtypisches ägyptisches Idealantlitz. Während der Zeit der Römer um 50 n. Chr. entstandenen Mumienporträts. Sie dienten als Grabbeigaben. Griechenland. Das Idealporträt charakterisiert die griechische Kunst. In der griechischen Antike legte man erst wenig Wert auf Porträtlehnlichkeit. Es sollten eher idealisierte Menschendarstellungen sein und Fantasiedarstellungen. Hellenismus. Im Hellenismus entstanden die ersten Kopfbilder auf Münzen, z.B. Alexander der Große als Apoll. Römische Kunst. In römischen Häusern hingen Totenmasken der Vorfahren im Atrium. Ihre Taten und Leistungen waren darunter verzeichnet. Aus den Totenmasken entwickelte sich das Porträt. Genaue Porträtlehnlichkeit wurde in den Porträtbüsten zunächst nicht angestrebt. Porträts des Kaisers Augustus, die während seiner gesamten Regierungszeit hin entstanden, spiegeln nicht den Alterungsprozess wider. Für die Porträtdarstellung römischer Bürger waren die Porträtbüsten der Kaiser maßgeblich. Besonders bei Porträtbüsten der Frauen wurde die Hertracht der Kaiserinnen nachgeahmt. Münz-Porträts spätrömischer Kaiser zeigen dagegen zunehmend individuelle Züge der Porträtierten. Mittelalter. Die ersten profanen Porträts lebender Personen sind aus der Zeit nach der Antike bekannt in Europa aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Das älteste ist das Profilbild König Johanns des Guten, das als Gegenstück das Porträt seiner Frau Johanna hat. Das älteste Frontalporträt ist das von Herzog Rudolf IV. von Österreich. Im Mittelalter bis zum 14. Jahrhundert sind individuellen Porträts sehr selten. Ab dem 14. Jahrhundert entwickelte sich das Bedürfnis nach naturnaher Sachtreu, der Wunsch nach Porträtlehnlichkeit rückte näher. Beispielhaft sind die Porträtbüste von Peter Pahler im Veitsdom in Prag und die Porträts von Niccolo Albercati, Giovanni Arnolfini oder Margarete van Eyck von Jan van Eyck Renaissance. Im Italien der beginnenden Renaissance wuchs das Interesse an individuellen Porträts nicht nur bei den herrschenden, sondern auch in den Kreisen der Bankiers und Kaufleute. Verlangt werden vom Künstler sowohl Porträtlehnlichkeit als auch eine gewisse Idealisierung und Typisierung in Hinblick auf das jeweils dominante Schönheitsideal. Als Künstler dieser Epoche sind zu nennen Leonardo da Vinci mit seiner Raphaels Papst Porträts von Julius II. und Leo Six oder Albrecht Dürers Selbstbildnisse. In Deutschland und den Niederlanden ist die besondere Ausprägung als Standesporträt bzw. als bürgerliches Porträt mit dem beginnenden 16. Jahrhundert anzusetzen. 1600 um 1600 verlieht die neue Lasurtechnik und der lockere Pinselstrich als Stilmittel den Porträts Lebendigkeit. Exemplarisch sind Werke von Rembrandt und Franz Haltz. 18. Jahrhundert Die Impulse der höfischen Malerei bestimmen die Porträtsdarstellungen im 18. Jahrhundert. Klassizismus In Frankreich tritt nach Barock und Rokoko das Bedürfnis nach Strenge auf. Im Klassizismus wenden sich die Maler in Frankreich wieder der porträthaften Idealisierung zu. Moderne In der Kunst des 20. Jahrhunderts war das malerische Porträt kein zentrales Thema. Maler der Moderne wie Picasso oder Kokoschka setzten sich aber immer wieder mit diesem Thema auseinander. Alf Beierl begleitete den Ethnologen Leo Frobenius als Expeditionsmaler. Auf der Reise entstanden einerseits Porträts als ethnografische Studien, andererseits auch als Gastgeschenke für die Einheimischen. Beierl verarbeitete die Porträtthematik später in seiner Serie Köpfe. Bedeutende Beispiele von Porträtsmalerei bis in die Gegenwart gibt es bei Francis Bacon, Lucien Freud, Willi Sitte oder L.U.C. Tujemans. Porträtfotografie Seit 1843 entstand der Porträtsentwurf oftmals durch die Fotokamera. Die Idee soll von Sir David Buster stammen. Vermutlich als erster nutzte der schottische Maler David Octavius Hill diese Methode für sein monumentales Gruppenporträt von 470 Personen in den Jahren 1843 bis 1866. In der modernen Auftragsmalerei wird das Ölporträt auf Basis einer, gegebenenfalls im Computer verfremdeten oder bearbeiteten Fotografie ausgeführt. Es kam zu einer neuen künstlerischen Arbeitsteilung. Ausgeführt wird das Porträt als Ölgemälde durch den Künstler, während das Motiv selbst durch einen Fotografen oder den privaten Auftraggeber selbst genau vorgegeben wird. Die Fotografie gilt mit ihren Weichzeichnungseffekten als Vorläufer des Impressionismus. Zur großen Beliebtheit des fotografischen Porträts trug circa ab 1860 die Idee des Visit-Formats des französischen Fotografen André Adolphe Eugène des Derry bei. Die Dargestellten wurden anfangs wie auf einer Bühne umgeben von Requisiten aufgenommen. Nada war der erste, der die einzelne Persönlichkeit darstellte. Funktionen des Porträts Porträts haben unterschiedliche Funktionen, die wesentlich von ihren Gebrauchskontexten abhängen. Viele Gebrauchsweisen sind durch den Memoriae-Aspekt des Porträts bestimmt, sind also mit der Erinnerung an einen individuellen Menschen verbunden, der durch seinen sozialen Rang, seine Persönlichkeit oder seine besonderen Taten bildniswürdig ist. Beispiele für diesen Memoriae-Gebrauch sind die ägyptischen Mumienporträts ebenso wie Stifterbilder und Totenmasken, aber auch Porträts mit zeremoniellem Bezug wie etwa Hochzeitsfotos oder die Intronisationsporträts eines Monarchen oder einer Monarchie. In der Politik wird ein Herrscherbild oder das Porträt eines Regierungschefs oft als staatliches Symbol gebraucht, es ziert öffentliche Gebäude, Münzen, Banknoten oder auch Briefmarken und kann auch Ziel oder Mittel eines Personenkults sein. Ein wichtiger Gebrauchskontext ist der soziale Tausch von Porträts. Bildnisse auf transportablen Bildträgern werden etwa in der frühen Neuzeit zwischen den Fürstenhäusern ausgetauscht, in Form von diplomatischen Geschenken. In der bürgerlichen Briefkultur zur Zeit der Aufklärung, der Romantik bis zur Moderne und Gegenwart dienten beschlägte Porträts zur Befestigung familiärer oder freundschaftlicher Beziehungen. Porträts im weiteren Sinn Im weiteren Sinn kann nahezu jede Abbildung eines Menschen auch ohne künstlerischen Charakter als Porträt bezeichnet werden, sofern sie nur den Abgebildeten gut erkennbar macht, zum Beispiel ein Fahndungsfoto, ein gewöhnliches Passbild, ein Schnappschuss oder auch ein Selfie als moderne Form des Selbstporträts. Darüber hinaus gibt es Tierporträts, Tierbilder, die das Tier oder mehrere Tiere besonders charaktervoll und detailreich darstellen und Landschaftsporträts. Im übertragenen Sinne wird auch eine schriftliche Beschreibung eines Menschen, etwa eine kurze Biografie als Porträt, bezeichnet. Auch bei textlichen Beschreibungen wird der Begriff ausgeweitet auf die detailreiche Darstellung verschiedenster Gegenstände, denen man einen Charakter zuschreibt, zum Beispiel Porträts von Landschaften, Ländern, Städten, Firmen, Tieren und so weiter. Einen Charakter Einen Charakter